Navigier mich mal. Hinter der Kirche rechts. Hier? Du hättest auch die Straße nehmen können, da sind weniger Filmsen, aber ja. Warum lasst ihr mich eigentlich noch fahren? Ob das schöne Videos gibt. Was war das? Du kannst doch übertreiben. Das ist gut. Müsste gehypt werden. Hinter uns. Süd, 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 West. Amis. Steffi sitzt hier. Wunderbar. Dann sitzt hier nicht vorne. Okay. Ähm. Warte. Okay. Dreh das Ding doch erstmal. Okay. Links sind übrigens zwei. Dreh ich mich. Dreh ich. Dreh ich. Dreh ich. Dreh ich. Haben wir abgesprungen? Hab ich gesehen. Ja. Ich weiß ja wenigstens, wo's lang geht. Ich hab nichts, Jana. Warte. Ich hatte dich doch. Ja, du bist halt. Was? Achso. Okay. Okay. Wolltest du wieder helfen? Mhm. Ich will doch immer nur helfen. Wollen wir da hinfahren? Denn das ist nicht weit. Ich bin bequem und außerdem können wir dann im Zweifelsfall... ... Ja, ich lauf. Ihr fahrt. Ich hoffe. Ich hoffe, wir haben die meisten Wachen erwischt. Ich denke mal, die waren das. Lass dich nicht fahren. Erschieß sie einfach. Können sie das nicht mehr machen. Jetzt fahr auch. Toolkit haben wir schon? Ja. Hab ich dich berührt? Hahahaha. Ich hab welche bekommen. Dass man einmal nicht aufpasst. So viel zu doof wärst. Dann fahr ich auf die Schraßensperre. Das ist ein Ziel, wie sie es gemacht haben. Oh, der Fall weg. Das ist eine Falle. Ich bin mir sicher, dass das ist eine Falle. Oh, das ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Wir sind durch. Ich denke, du bist ja schmaler. Ich war nur weiter drin. Bist du hinter uns? Nee, der lässt mich nicht durch. Oh, ne, ist die Straßensperre. Ich war dran vorbei. Auf zwei Reifen dran vorbei. Ja, ne. Aber erwischt mich nicht! Die haben mich voll eingekeilt. Mann. Scheiße. Aufwag, 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 aufwag. Ich kann nichts machen. Vorsicht, er ist ausgestiegen, er ist ausgestiegen. Ich weiß. Ist er sicher? Ja. Oh! Ich bin mir sicher, das ist nur ein minimaler Rückschlag. Aber wir sollten hier wirklich schnell weg. Dem stimme ich zu, aber fährt das Ding noch? Sie ist, also sie ist überhaupt nicht kaputt, aber... Ah, meine Beine. Um sicher zu gehen. Ich war's nicht. Wo? Ichoss! Sie sind. Fährt! Oh, wieder meine Beine. Treti. Wir kommen zu den Beinen. Treti. Sie sind. Sie sind. Wir haben eine echt gute Position auf dem Berg. Ja. Wir werden uns die Zufallsstraße überwachen. Hier direkt vor uns runter ist der M-Web gefahren. Von der Straße runter also. Oh, da steht er. Der ist vor uns. Ja. Er ist vor uns. Jetzt ist er hinter uns. Der LKW ist zu langsam. Und es ist mir relativ egal. 2. Wir fallen unter schweren Absträlen. 2. Fassil! 2. Wir fallen unter schweren Absträlen. 2. Wir fallen unter schweren Absträlen. Vorschlag! Suche ich hier jetzt erstmal Deckung. Ja, glaube ich. Gefällt mir der Vorschlag. Erstmal durchatmen. Hat der noch Paketen? Nein! Ich auch nicht. Ich bin hier direkt in den Hof, ne? Wir haben einen Eimerwerfer. Ein Eimerwerfer? Der Arme Cici. Der Helfer. Der hat es überlebt. Hilfe, meine Beine. Das klingt, als würde der Dings hinterherkommen. Da kommt der MRAP. Wird da noch mehr in dem Pambi? Danke. Nein. Okay, hier sind Gewehrgranaten drin. Hier haben wir mal alle gekrallt. Janne, hattest du mich auch einen Granatenwerfer? Nein, ich habe den ersten Schuss auf, also den Smurf, den ich hatte, habe ich auf den Internet verbraten. Irgendwer von euch hatte noch einen Granaten. Sehr schön. Was? Legt mich mit einem MDR an, um nicht zu sterben. Der ist tot, ich verbrauche. Der ist genau über uns. Shit. Ach, der ist schon tot. Der letzte... Nein! 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 Was? Oh Gott, nein. Warum? Was ist passiert? Letzte ist draußen. Ich drück mal die Aufnahme-Taste hin. Könnt ihr euch das anschauen. Das ist ein Apache. Wir sollten vielleicht doch rein. Finde ich gut. Oh, hier schreit jemand direkt hinter mir. Ich bin jetzt im Bunker. Ich habe es nicht reingeschafft. Steffi sucht ja auch was. Du rein kannst. Jo. Jo. Was? Das MG, das in die Richtung, wo das MG hinguckt. Ja. Oh, jetzt kommt Arty. Bleib schön drin und hoff, dass die sich hier gegenseitig alle wegsprengen. Das ist jetzt schlecht aus. Ja. Hättet ihr mir das mal sagen können? Was? Da waren zwei Typen hinter mir. Achso, ich habe auf die, äh, auf die Südseite geguckt. Kommt noch einer an den Hügel hoch? Da rein. Minja strillet! Steht jetzt an der selben Stelle, wo eben der Tote war. Wir haben den Detection Package gemacht. Ich bin jetzt hier wieder rein. Aber den MG Schützen habe ich noch rausgepoolt. Yay! Yay!